Jetzt ein ganz kleiner Überblick, weil das Thema ist, das geht vom ersten Ton bis zu den Übungen von Clarks Damkolin und das ist ein recht großer Bogen. Das heißt, es gibt vier Möglichkeiten einzusteigen, weil es gibt vier Bände und das ist der kleine Überblick. Der erste Band ist die Anfängerschule vor der Anfängerschule. Der zweite Band, da lernt man das Glissando, Halbtonbindung, Ganztonbindung, vor allem auch wichtig, wie eine Halbtonbindung klingt. Der dritte Band ist quasi das 30 bis 40 Minuten Workout für Blechbläser, passt für die meisten. Und der vierte Band geht wirklich in Richtung von den Übeprogrammen von Clarks Damkolin. Der erste Teil ist nur ein bisschen erleichtert und der zweite Teil hauptsächlich diese Übeprogramme. Diese Übeprogramme hat mir der Bo Nielsen beigebracht und gezeigt und sollte jemand zuschauen, der auch beim Bo Nielsen war, bitte nehmt es mit mir Kontakt auf unter gerdadventivorsambrast.com. Ich bin nämlich sehr interessiert daran, was er mit dir gemacht hat. Es ist so schade, dass dieser großartige Pädagoge und Mensch vor allem, dass er schon gestorben ist. Das ist sehr schade. Und ich habe aber die Zeit sehr genossen, weil er hat mir wirklich das Trompetenspielen gezeigt von Null an. Und das kann ich jetzt weitergeben. Und ich habe das решert, dass er hier auch wirklich das Trompetenspielen bei G- shirts nicht geschaffen ist. Und ich sage das jetzt habe ich sehr sicher. ijd三Gulated, dass er eigentlich mal wieder méthode坐iert ist. Vielen Dank.